Hallo Leute, herzlich willkommen zur ersten Malstunde auf der Replayshow. Wir haben schon mal eine gemacht, aber dann haben wir den Kanal wieder neu gestartet. Jetzt wieder Replayshow 2.0 und wieder eine neue Malstunde. Und dann fangen wir jetzt direkt an mit dem ersten Malen. Viel Spaß. So, als erstes malen wir den Sensenmann. Die Leute haben wir aus Kommentaren von anderen Malstunden von schon bekannteren YouTubern. Ja, weil wir wussten jetzt nicht, was wir malen sollen. Wir haben heute noch nicht so viele Abonnenten. Klingt jetzt ein bisschen erbärmlich, aber okay. Wir wissen aber noch nicht so genau, wie wir das machen könnten mit der Stoppe. Das heißt, wir zeigen es jetzt einfach. Dann stellen wir es hier hin und nach den 30 Sekunden zeigen wir es euch. Ja, ich glaube, okay. Also dann. Let's. Zeig die Kamera. Also. Drei, zwei, eins. Jetzt mach doch, mach doch einfach. Okay und go. Oh man. Bisschen klein ist meins, aber. Boah ey. Das ist killer. Und stopp. Boah, das ist ein bisschen klein. Okay, okay. Schnack, schnack, schnuck. Schmich. Ja, okay. Guck dir zuerst? Ja. Okay. Fuck. Okay, das hier ist mein Sensenmann. Ihr seht hier seine Sense. Dann hier hat er so zwei böse Stacheln. Er guckt ganz böse. Ja, ich hab grad so den Sensenmann eben vergessen. Also, meiner ist eindeutig besser. Hier, da liegt die Leiche. Sieht man natürlich, der köpft alle. Hier mit der Kapuze. Er lächelt, er freut sich, dass er den geköpft hat. Also, meins ist eindeutig besser, oder? Ja, das zeigen wir mal. Ich finde meins ist eigentlich besser, weil meiner hat auch ein Gesicht richtig. Ja, meiner auch. Gute T-Shirt, coole Hose. Ja, ein kleines Mini-Furz. Ah, hier, guck. Ja. So, da sind wir wieder. Und wir haben jetzt was Neues rausgesucht. Und zwar Harry Potter. Zweite Runde. Ja. Ich hab dir wieder die Stoppuhr. Und ich würde sagen, dann geht's auch schon los. In 3, 2, 1, go. Harry Potter. So, und Stopp. Ah, ich guck, ich guck. Okay, okay. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnuck. Jawoll. Meiner ist eh bester. Nein. Ich möchte mich besser. Nein. Also, hier. Hier hat er seinen Blitz. Der macht den ja aus. Hier mit seiner Brille. Sein Mund. Ein kleiner Schwanz. Und hier hat er das Wichtigste, den Zauberstab. Wo hier dann auch so ein Blitz rauskommt. Sieht man doch eindeutig. Ich glaub, eh gewonnen. Schaut euch das an. Naja. Was war das? Du hast ja noch mich als Gegner hier. Also, hier. Viel besser. Hier. Die Frisur richtig geil. Da hat er keinen Penis. Dann hier Ding. Guck dich cool. Dann hier. Ja, blitzt der gerade richtig. Und hier wieder cool. Komm, nochmal hier meinen. Ja, scheiße. Vor allem der Penis war auch nötig. Aber okay, ja. So, jetzt haben wir wieder was Neues. Und zwar Donald Duck. Yippie. Donald Duck. Ja, der ist relativ schwer. Also, ich würd sagen, wir fangen dann mal an. In 3, 2, 1 und Start. Donald Duck. Und. Und. Und... Stopp. Jo. Okay. Also. Schnergestein. Schnuck. Ja. Du hast ne Schere. Hier, das ist mein Donut. Oh scheiße, der ist gut. Die Augen konnte ich halt nicht mehr ausmalen. Und ja, mit der Mütze, die ist immer dabei. Und jetzt kommt einer hier, der ist auch wieder viel besser. Jetzt hier ist er ein Schnabel. Ist der schwanger oder was? Nein, kennst du nicht dieses Schwänz da? Der hatte diesen Schwanz da hinten. Ja, dann hat der hier... Oh, hat der hier so ne Kugel. Dann hat der hier seinen Schnabel aus dieser Mütze. Ja. Ja. Aber wir sind ja einfach viel besser ausgesetzt. Ja, einfach keine Arme. Ähm. Ich will meinen einfach besser sein. Oh, der ist schwanger. Nee, der ist nicht schwanger. Junge, der ist so fett unten rum. Das war es. Ähm. Jetzt fassen wir nochmal zusammen. Mein Stück ist der Bessere. Ich hab gewohnt. Eindeutig. Ja, ja. Hier. Tun wir deinen Scheiß. Wir fassen jetzt zusammen. Also, fangen wir an mit dem Sensen-Man. So, ihr wisst. Meiner ist viel besser. Ach. Du laberst. Hier ist alle gesendet. Harry Potter. Harry Potter ist bei mir... Oh, ey. Meiner hat den größeren Schwanz. Meiner hat auch besser. Ja. Meiner sieht man auch gar nicht. Hier, Harry Potter hat mir voll die Wumme. Und hier... Ey, das ist doch völlig klar. In alle drei Besser. Mein Herz. Also, Leute. Hier, für Alex Stimmen. Vote me. Vote Lucas. Ich mein, ich bin eh bei jedem Video immer. Oh, da weiß ich nicht. Ich hab's echt noch nicht bekommen. So, dann. Ihr wisst. Kommentar. Daumen hoch. 1, Lukas, 2, Lukas, 3. Lukas, gib mir den Sieg. Ich bin eh besser. Schreibt mal in die Kommentare, was wir malen könnten. Und auch was vielleicht für ein cooles Format von uns beiden oder so. Was relativ cool wäre, ja. Also, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios. Moinikamigen. Ja. 2, 3, 2, 3, 2, 3. 2, 3, 3, 2, 1. 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 6. Bis zum nächsten Mal.